Hallo und herzlich Willkommen zum Weihnachts-Special auf Mabacher TV. Dieses Jahr habe ich mir wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Letztes Jahr war ich ja mit Nicoletta unterwegs und habe im Namen des Weihnachtsmanns Geschenke ausgetragen. Aber dabei habe ich mich leider bisher verkühlt, weil da oben in den Wolken, so schnell wie die Nicoletta mich da raufgezogen hat und dann wir durch die Wolken gesaust sind, ich sage es, es war zu kalt. Und ich bin dann wochenlang im Bett gelegen mit Schnupfen und Husten. Deswegen habe ich diesmal den Weihnachtsmann absagen müssen. Aber ich habe etwas anderes für euch diesmal. Und zwar, ich werde euch für die großen und die kleinen Mabacher TV Fans Geschichten vorlesen. Und zwar Weihnachtsgeschichten. Jeden Adventssonntag um 18 Uhr werde ich eine kleine Geschichte vorlesen und ich hoffe, sie wird euch gefallen. Ich möchte an dieser Stelle dem Buchladen Gunther Buch danken, die mir dabei geholfen hat, gute Geschichten zu finden. Und die haben meine Idee so gut gefunden, dass sie mich eingeladen haben, hier in ihrem Laden die Videos aufzuzeichnen. Das heißt, wir werden uns jetzt jeden Sonntag sehen, um 18 Uhr, mit einer neuen Geschichte zu Weihnachten. Also, wir sehen uns bald. Bis Sonntag. Baba. Bis zum nächsten Mal.